Ja, hey Leute, ich bin's mal wieder, der Fabio von LocalTubeTV und ich zeige euch heute, wie ihr YouTube-Hintergrundbilder umsonst bekommt. Dazu müsst ihr ja klar ins Internet. Dann auf www.mytubedesign.com Wow, das flattet. Entschuldigung. Dann sucht ihr euch jetzt raus, also es gibt mehr als 14 Zeichen, ich glaube 15, ja 15, ich weiß nicht, ob es mehr gibt. Ich nehme jetzt einfach mal das Nightclub. So, dann klickt ihr drauf. Und dann steht nicht den hier, nicht diesen Download oder diesen, sondern das ganz klein hier unten. Hier, das Pinkel hier ganz klein, den müsst ihr downloaden. Dann müsst ihr auf Download klicken, warten bis das Brief fertig ist. So, dann Grafik speichern unter. Ich mache mal einen Nightclub, ja, speichern. So, Nightclub. Dann müsst ihr auf YouTube. So, dann geht ihr auf euren Kanal. Boah, das hängt und hängt. Das ist ja krass. So. Loslade doch. Ja, so, dann geht ihr auf Einstellungen. Bei der neuen Krone ist es rechts oben. Für viele, die es nicht wissen. Dann auf Hintergrundbild. Ich mache jetzt mal Entfernen, weil ich schon eins habe. Dann auf Datei auswählen. Die Datei suchen. Hier jetzt Nightclub. Öffnen. Dauert ein bisschen. Ja, ja. So, jetzt habt ihr das neue Hintergrundbild. Müsst ihr einfach hier oben auf Fertig. Dann nähe ich das noch kurz, also dass es übernommen wird. Ja, so, jetzt habt ihr hier ein neues Hintergrundbild. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Daumen hoch, Kommentar und Abo nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.